Ja Leute, Master Duel ist jetzt schon eine Weile draußen und öfters werde ich gefragt, ob man vielleicht kleine Tipps und Tricks hat, wie man eventuell besser in Master Duel werden kann. Und ja Leute, die gibt es und deshalb sage ich euch jetzt 5 Tricks, wie ihr besser werden könnt in Master Duel. Der erste Tipp wirkt etwas komisch, ist aber sehr wichtig. Und zwar spielt eine Karte immer in der gleichen Seltenheitsstufe. Sprich also, wenn ihr eine Karte dreimal spielt, dann habt dreimal die gleiche Seltenheitsstufe. Aber warum und welche Seltenheitsstufen gibt es? Naja, es gibt einmal 3 Seltenheitsstufen, einmal halt die normale, die halt einfach keinen Effekt hat. Dann die zweite, wo so ein Foil-Effekt drauf ist, was sehr sehr cool ist. Und dann die dritte, wo die Karte einfach übertrieben geil aussieht. Ja, die Seltenheitsstufen gibt es, aber wie gesagt, wenn ihr eine Karte dreimal spielen wollt, dann spielt eben dreimal die Karte mit der gleichen Seltenheitsstufe. Aber warum? Naja, nehmen wir ein kleines Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel Alistar dreimal in euren Deck spielt und ihr habt bereits einen auf der Hand, der einen Foil-Effekt hat, was ziemlich cool aussieht. Und ihr aktiviert Meltdown und addet euch einen zweiten Alistar aus dem Deck auf die Hand. Jetzt habt ihr zwei Alistar auf der Hand. Jetzt wollt ihr aber den coolen Foil-Effekt Alistar ausspielen und der gesearchte ist nur ein, ohne Foil ist er ziemlich langweilig. Ihr beschwört also euren Alistar mit dem Foil-Effekt und aktiviert seinen Effekt. Jetzt habt ihr folgenden Fehler begangen. Ihr habt euch mit Meltdown den Alistar geaddet, der keinen Foil-Effekt hat. Aber beschwört den mit Foil-Effekt. Jetzt weiß der Gegner automatisch, dass ihr zwei Alistar habt, einfach eben, weil er optisch anders aussieht. Und so kann er eben merken, dass ihr zwei habt, beziehungsweise eben einen auf dem Feld und einen noch in der Hand habt. Ihr gebt euren Gegner also freiwillige Informationen, die ihr ihm gar nicht geben wolltet. Also gibt es hier nur eine Möglichkeit. Entweder spielt ihr ihm alle Karten der gleichen Rarität oder ihr passt ihm auf, wenn es bei Search-Karten ist, dass ihr wirklich die Karte ausspielt, die eben gesearcht wurde. Aber wenn ihr eben einfach dreimal die gleiche Kopie spielt, müsst ihr eben nicht aufpassen, macht es also leichter. Aber man muss nicht eben explizit dreimal die gleiche Karte spielen, aber macht es eben einfacher. Also spielt dreimal die gleiche Karte und fertig. Wirkt jetzt wie eine Kleinigkeit, aber wie gesagt, sie ist verdammt groß, weil ihr einfach so den Gegnern mehr Informationen gebt. Und by the way, ist das nicht nur im Master-Duel so, sondern auch im normalen TCG. Wenn ihr ein Deck habt mit verschiedenen Raritäten, gebt ihr den Gegnern eben auch so Informationen, wie eben auch im Master-Duel. Der nächste Tipp wirkt sehr simpel, ist aber doch sehr effektiv. Und zwar, es geht um das Klemmbrett. Ihr habt unten rechts ja immer diese Symbole und dort ist ja auch das Klemmbrett. Und wenn ihr dort draufklickt, dann klappt das Ganze auf und ihr könnt eben sehen, was alles im Duell passiert ist. Ist halt der Log. Also sprich, alles wird dort aufgezeichnet. Aber warum könnte das jetzt relevant sein für uns, beziehungsweise wie kann uns das helfen? Naja, dort steht ja drin, alles was passiert ist. Und wenn das Duell so voranschreitet, kann es ja mal sein, dass ihr unaufmerksam seid oder einfach vergessen habt, was der Gegner sich zum Beispiel gesucht hat oder welche Karte er verdeckt gesetzt hat. Und so könnt ihr das Ganze einfach nachgucken. Ein Beispiel wieder, wenn ihr zum Beispiel gegen Ellie spielt, aktiviert am Endphase seine Falle im Friedhof und ersetzt sich Fallenkarten verdeckt. Jetzt kann es passieren, dass ihr im Laufe eures Duells vergessen habt, welche Karte dort set sein könnte. Und ist natürlich schon sehr relevant, welche er verdeckt hat. Hat er eine Karte, die da verdeckt ist, die eine Karte von euch zerstört oder eine Karte verdeckt, die eben eine Karte von euch im Friedhof verbannt. Seht, wichtiger Unterschied. Und hier könnt ihr einfach ganz einfach in Log reingehen, beziehungsweise eben aufs Klemmbrett. Könnt nochmal ein bisschen hochscrollen und ein bisschen gucken, welche Karte er da vielleicht gesetzt haben könnte. Und dieser Vorteil bringt euch halt einfach das Duell eventuell zum Sieg, beziehungsweise ihr wisst eben genau, womit ihr rechnen müsst. Das Ganze kostet natürlich etwas Zeit und kann auch manchmal ein bisschen länger dauern, wenn ihr eben sehr viel hochscrollen müsst. Aber ich sage euch jetzt schon, es lohnt sich auf jeden Fall diese Zeit zu investieren, weil es eben sehr wichtig ist, dass man weiß, was der Gegner hat. Beziehungsweise man weiß, was der Gegner alles noch für Optionen hat. Der nächste Tipp ist ein Riesenpunkt. Und weil das Thema so groß ist, schneide ich das Ganze hier nur an. Ich habe da bereits ein Video in der Vergangenheit zu gemacht. Klär einfach mal aufs i, dort kommt ihr zu dem Video. Dort erkläre ich das Ganze nochmal Schritt für Schritt und sehr detailliert. Hier jetzt aber die Zusammenfassung. Das Spiel bietet sehr viele Einstellungsmöglichkeiten und darunter auch die Einstellung, wann das Spiel dich fragt, wann du Karten aktivieren möchtest. Das Spiel ist standgemäß auf automatisch gestellt. Sprich, das Spiel fragt dich immer zu sinnvollen und relevanten Zeitpunkten, ob du eine Karte aktivieren willst. Dabei ist es auch völlig egal, ob du das wirklich möchtest oder eben nicht. Das Ganze wird auch noch zusätzlich optisch untermalt bzw. visuell dargestellt, denn das Spielfeld leuchtet bei dem Spieler, der gerade was aktivieren kann. Ein kleines Beispiel. Wenn ihr zum Beispiel Landformen aktiviert, dann wird das Spielfeld des Gegners leuchten, wenn er darauf reagieren kann. Falls ihr aber angefangen seid und der Gegner eben nichts auf dem Feld hat, kann es in diesem Fall natürlich nur eine Handtrap sein. In diesem Beispiel ist es dann eine Ashblossom oder Maxee, weil Maxee einfach immer aktiviert werden kann. Sprich also, der Gegner gibt euch unfreiwillig Informationen, die euch helfen können, ihm einfach dieses Duell zu gewinnen. Doch das ganze Thema ist natürlich unglaublich groß und das ist jetzt nur kurz zusammengefasst. Ich sage euch einfach, dieser Tipp ist unglaublich wichtig und hilft euch, das Duell einfacher zu gewinnen. Aber wie gesagt, wenn ihr mehr über dieses Thema wissen wollt, schaut euch einfach das Video an, was ich eben oben verlinkt habe. Dort erkläre ich das Schritt für Schritt und das ist auf jeden Fall jetzt hier der Tipp und kommen wir jetzt zum nächsten Tipp. Der vierte Tipp bezieht sich quasi auf den dritten Tipp und ist eine kleine Erweiterung. Und zwar nicht nur ihr bekommt Informationen von euren Gegner, sondern der Gegner natürlich auch von euch. Jedoch gibt es eine Möglichkeit, dies zu verhindern. Hierbei kann man einfach, statt auf automatisch zu stellen, einfach auf aufstellen und dann fragt euch das Spiel nicht mehr, ob ihr eben etwas aktivieren möchtet. Jetzt könnt ihr zum späteren Zeitpunkt, falls ihr eben doch etwas aktivieren wollt, wieder das auf anstellen bzw. auf automatisch stellen und schon könnt ihr zum richtigen Zeitpunkt eben eine Karte aktivieren. Gebt aber dem Gegner eben keine Informationen darüber, dass ihr eben solche Karten habt. Das Blöde natürlich ist, ihr könnt hier eventuell das Zeitfenster verpassen und obwohl ihr was aktivieren wolltet, könnt ihr dann doch nichts aktivieren. Ist also eine tricky Angelegenheit. Das Ganze habe ich auch in dem Video erklärt, was ich oben verlinkt habe. Ich packe euch das Video einfach mal in die Infobox. Dort, wie gesagt, erkläre ich das Ganze nochmal. Ist halt ein Riesenthema, aber auch hier nicht nur, dass ihr eben Informationen vom Gegner bekommt. Ihr könnt auch dazu sorgen, dass der Gegner eben keine Informationen von euch bekommt. Und der letzte Tipp ist ziemlich simpel, jedoch auch sehr wichtig. Und zwar achtet auf die Zeit. Niemand verlangt von euch, dass ihr alle Karten kennt und natürlich dürft ihr auch die Karten des Gegners lesen und euch eben Zeit lassen. Jedoch eben nicht unendlich, denn die Zeit ist nicht unendlich in Master Duel. Ihr habt vielleicht mal drauf geachtet, die Zeit hat so verschiedene Farben und zwar einmal gelb und einmal blau. Den gelben Teil bekommt ihr immer wieder, wenn ein neuer Zug von euch beginnt. Sprich, wenn der abgelaufen ist, ist das nicht so wichtig, weil eben ihr diesen Teil wieder zurückbekommt. Den blauen Teil jedoch nicht. Sprich also, wenn ihr im Duell eben sehr lange braucht, dann vergeht nicht nur der gelbe Teil, sondern auch der blaue Teil. Und diesen bekommt ihr eben nicht zurück. Sprich, eure Zeit wird quasi immer kürzer. Und ja Leute, wenn die blaue Zeit auf Null gelaufen ist, dann habt ihr das Duell automatisch verloren. Und das wollt ihr natürlich nicht. Also kleiner Tipp, die gelbe Zeit könnt ihr auf jeden Fall verschwenden, das ist komplett egal. Aber auf die blaue Zeit solltet ihr auf jeden Fall achten. Und eine weitere Sache, die ich unter diesen Punkt packen will, weil es eigentlich schon ein neuer ist, aber passt halt zur Zeit. Und zwar, falls ihr zum Beispiel gegen einen Gegner spielt und ihr merkt, der macht wohl Kombo, ich gehe einfach mal eben kurz auf Toilette oder hole mir was zu trinken, kann es passieren, dass wenn ihr wiederkommt, einfach das Duell automatisch verloren habt. Doch was ist eigentlich hier genau passiert? Bei Master Duel ist es so, dass wenn ihr eine Aktion machen könntet, aber eben nichts macht, dass ihr automatisch rausgeschmissen werdet und eben automatisch verloren habt. Bedeutet also, wenn der Gegner dran ist, den Zug abgeht, ihr zieht und macht dann nichts, dann werdet ihr eben rausgeschmissen. Keine Angst, hierbei geht es nur darum, dass ihr nichts mit der Maus macht. Bedeutet also, wenn ihr am Zug seid und zum Beispiel euren Extradex anguckt, gegnerische Karten anguckt, den Friedhof anguckt, dann werdet ihr das selbstverständlich nicht rausgeschmissen. Das betrifft halt wirklich nur Leute, die halt wirklich gar nichts machen. Das gleiche gilt natürlich auch für den gegnerischen Spielzug. Zum Beispiel, ihr habt eine Handtrap, der Gegner macht seine Kombo und irgendwann ist die aktivierbar und dann fragt ihr das Spiel, willst du die aktivieren? Wenn ihr jetzt eine lange Zeit nichts macht, werdet ihr eben aus dem Spiel geschmissen. Kann man halt vermeiden, deswegen hier der kleine Tipp, achtet darauf, dass das eben nicht passiert. Und das waren sie auch schon, meine 5 Tipps, wie man besser im Master Duel wird. Ich weiß, der ein oder andere Tipp wirkt ein bisschen komisch, aber glaubt mir, es funktioniert. Ich hoffe natürlich, dass ihr noch nicht alle Tricks kanntet. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.